So, Folge 217 mit dem Stock geschlagen Jetzt hoppin poppin Hallo und herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany Dem Format, in dem StreamerInnen vom Stuhl fallen Und mehr Penis Ja, ich hinterfrage ein paar Lebensentscheidungen, die ich getroffen habe Das ist eine Wassermelone Das ist eine Wassermelone Eine wahre Melon Woll Woll Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir hier gelandet sind Aber Es gefällt mir Vielleicht nicht ganz so gut Das ist meine Zeit Alter Schmitti, 2000 Weißt du, wie viel das ist? Was habe ich falsch gemacht? Wie viel sind 2000? Eins Zwei Was mir so ein Schmutz empfohlen wird Twitch geht sowas von dem Bach runter Also bei mir läuft es gut Ich finde das toll, dass Twitch dich mir empfohlen hat Somit habe ich einen Zuschauer mehr gewonnen durch dich Und dadurch kriege ich jetzt noch mehr Geld für Kooperationen Dankeschön, Bro Schön, dass du da bist Schön, dass Twitch mich weiter empfiehlt Damit ich mir noch mehr Geld in meine scheiß Fresse schmieren kann Nice Und du dich darüber aufregen kannst Weil dir das hier überhaupt nicht gefällt Sagt es ihm, Sonja Sagt es ihm Sagt es ihm Sagt es ihm Sagt es ihm Gipfung Man kommt nie trocken aus der Nummer raus Man kommt wirklich nie, nie trocken aus der Nummer raus Schamfreude habe ich aber trotzdem Genau um alle Hallo, Blu, in den Chat Unser kleiner Schlurp ist wieder da Sisi Also ich weiß nicht, was hier passiert Ich weiß nicht, ob du kurz Zeit hast, kurz mal bei mir rein zu gucken Was passiert denn da? What? Was war das? Was war das? Bis du nicht Du musst immer noch mal eine Drehstrecke Drehstecke Was muss ich machen? Eine Rehstecke? Entschuldigung, wenn mein Gehirn heute echt nicht funktioniert. Was für eine Rehstecke? Ach, eine Restecke. Oh. Eine Restecke. Da steht Körperbau. Was macht denn Katze jetzt schon wieder? Ach so. Was macht denn Katze jetzt schon wieder? Ah, sieben kleiner Mann. Okay, I see, I see. Ich weiß nicht, was man gesehen hat, aber für den Fall der Fälle, dass ihr denkt, dass ich gerade versucht habe, eine Real-Life-Karte mit einer Swipe-Bewegung zu zoomen. Es ist nicht der Fall. Oh, da ist Tapsi! Ein Baby. Was ist das eigentlich? Ich gehe direkt rein. Ich könnte mal einen Tisch auf den Kopf legen und einen Mittagstiefel machen. Okay. Okay, Tapsi. Okay. 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 Und los. Eins, zwei, drei, und los. Bravo! Bist du sehr ernst, oder? Gloriert meine Socken, ja? Oh nein, das ist gefährlich. Don't do it. It's at home. Oh, shit. Was? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hallo, Chef. Ich zeige euch, wie man milgschnitterig ist. Ihr nehmt die Milgschnitte und nehmt die obere Schicht ganz langsam ab. Und das gleiche macht ihr wieder unten. Unten macht ihr auch ab. Das ist richtig geil. Ja, doch. Aber ganz langsam. Ist deckt es noch ein bisschen so. Ich nehme es immer so. Ein bisschen kalt. Das ist richtig geil. Boah, das ist so gut. Okay. Also Doppelleertaste und Rakete. Muss ich die und freue mich zum... Genau, ansonsten. Äh, einfach in der Luft, einfach... ...egal, welche Richtung. Versuch schon zum Wasser zu landen. Wenn du das Gefühl hast, du kannst dich landen. Oder in Richtung von Wasser zu zielen. Kriechen. Och die Kirsbütenbäume sehen so schön aus in Minecraft. Let's go. ich weiß das hört sich so an als ob ich es immer wieder gedanken los vor mich hin plapper aber ich meine jedes wort genauso wie ich es sage ihr seht zum anbeißen aus ihr seht bezaubernd aus das meine ich wirklich das ist nicht so dahin gesagt ich gucke euch an und denk mir wirklich ganz schön heiß 1200 500 zu 1250 1250 1250 oh mein ich muss immer weinen wenn ihr so viele liebe dinge schreibt im chat da bin ich ganz nah verbunden ganz besondere beziehung die wir haben jetzt kauft meine esoterik steine und mein sonnenlicht getränk ein veganes wasser oh ist da passiert dann hat die polizei gesehen da kam kamer weiß ich jetzt nicht weiß ich jetzt wirklich nicht oh mein god oh mein god ich hab's geschafft spiel ausgetrickst geradeaus durch dahinter noch alter ich hab das gar nicht mitgeschnitten das was ist jetzt frau das ist frau oder link ist es frau bevor ich jetzt falsch mache wieso so wegen boobies es kommt immer auf die boobies an ich verstehe das ich verstehe ich verstehe sie vollkommen wirklich hä das ist ja scam ich fand ein böwe vielleicht kann ich ja noch fliegen er kann die möwen geräusche dazu machen das klinge aber nicht nach der böwe ist sterbender pinguin gewesen hallo dann sieht wirklich gut aus da vor allem ihre wunderschönen augen dort so bezaubernd er guckt ja hoffentlich nur auf die augen chad das ist ganz schön wild hier zu verteidigen nein oh oh katze oh oh nein die katze ist auf oh ma stimmt rechts ist rechts und links ist links ah ey nicht klipp rechts ist rechts und links ist links wie ist der erste eindruck der steuer und besser control lieber maus und tue also ich spiel tastatur und ich helfe es gut danke julie kann man gut mit controller spielen ja kannst du mir nicht den tiefgaragenschlüssel einfach schenken da hat er gesagt sonja wenn du mit mir einmal fixt dann du bekommst von mir die tiefgaragenschlüssel und jetzt habe ich den tiefgaragenschlüssel also er durfte quasi in ihre tiefgarage damit sie in seine tiefgarage durfte ist das ist actually what happened ganz genau so hat es funktioniert ich war einer letzter letzter beim k denkst du lol los und für deinen durchfall jeder braucht eine klopapierrolle an seinem schreibtisch ja ja wut u 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 Das ist ein Überfall, das ist ein Überfall! Gib mir das Money schnell raus von der Kasse! Hilfe! Hilfe! Auch kleine Geld nehme ich auch, kleine Geld, Klingba Geld auch, Klingba Geld. Klingba Geld auch, Jun. Alarm! Ja, hallo? Ach, wo ist das, Rüdiger? Ja, pass auf, pass auf, du meine... Ist das Erik Senpai? Nee, nee, es geht um meine Haare. Ja, die Haare, die... Das ist Erik Senpai! Also, momentan, die wachsen jetzt nur noch. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Das ist doch krank! Nicht Arschtritt, Haarschnitt. Wann kann ich vorbeikommen? Hast du Termine? Das ist doch krank! Ist für uns beide unangenehm. Und mein Shopname... ...sind die... ...Knubbi Stickers. Das Z statt dem S zeigt an, dass ich cool bin, ja? Dass ich hip, jung und modern bin. Weil darauf fahren die coolen Kids heutzutage... Okay, ich lasse es schon. Ich lasse es schon. Kannst du mir jetzt helfen oder nicht? Achso. Du bist bei mir ganz woanders. Oha! Kannst du es jetzt essen? Lol, was? Ähm... Wie sieht das? Also, ess ich auch meine Baguette. Machio... 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 Cist... Ihr seid alle Mayonnaise! Machio... Cist... Machio... Cist... Ich schwöre, ich hab das nicht vorher gewusst! Ich schwöre, ich hab das nicht vorher gewusst! Ich schwöre... Ich schwöre, ich hab das nicht vorher... Oh, ne... Hey, Ferdinand! Gott, das haben wir fern! Ey, Alter! Hallo, stopp, 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 stopp! Hey, da. Bitch! Ferdinand! Da ist ein Teil von unter die Räder gekommen Das müsst ihr dann schon so machen Warum tust du das? Warum tust du mir das an? Bis die Teile wieder von der Strecke verschwunden sind Jake hat in der Box dann aufgegeben Sie sieht keine Hoffnung mehr für diesen Rennen Er hat nicht in der Box aufgegeben Er hat sich Holy shit Ich trinke jetzt durchsichtiges Wasser Wow Als Wasser nie durchsichtig wäre Wie so eine Entenfamilie die über so einen Pulli läuft Sah es geradeaus bei dir Äh Ist das nochmal? Kannst kurz drüber reden Was machst du denn? Dann so Aua Alex kommt in Mensch Hahaha Hahaha Du bist schrecklich! Ich bin ein Songer! Hallo? Ich fühle mich betrachtet. Ähm, ähm, Jojo Breakdance auf der Laterne, was geht? Ich fühle mich betrachtet, Katja, wir müssen ein Wörtchen reden, ja, so geht das nicht! Okay, ein Ausdruck, da ist der Lücke! Aber nur ein Ausdruck, der Katja! Komm mal kurz mit. Ich war das nicht. Okay, komm kurz mit. Komm mal kurz mit. Ich war das nicht. Okay, komm kurz mit. Nein, dann ziehst du dich wieder aus. Das hat er mit mir auch gemacht. Mit mir auch! Oh mein Gott! Ja, ich, ah, hier, hier, lobt es noch. Das Gesichtsausdruck dann. Mit mir auch. Ich kriege das Gesichtsausdruck nicht. Mit mir auch. Authentic Side Eye. Criminal Authentic Side Eye. Wirklich? 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 Mit dir auch? Ja, ich, ah, hier, 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 läuft es schon noch rum. Hallo? Oh, zwei sogar. Perfekt. Oh mein Gott. Ja, ist ja gut. Ich bin nach der versions eines Sounds. Oh shit. Ich bin Veterin. Ja, ich binçoit. Wie kann ich mich wenden? Ich bin vielleichtillary entriegert. Weil Vorsicht ist immer noch besser als Nachsicht, würde ich sagen. Nein! Nein! Oh nein! Das ist Pando! Oh, falsch, Rumpanda. Das ist jetzt nur dann die Träger machen. Hä? Check ich nicht. Ich check's nicht. Hopan. Das ist ein Minus. Oh, oh, oh mein Gott, bin ich dumm. Oh mein Gott, bin ich dumm. Oh mein Gott, bin ich dumm. Hopan. Oh mein Gott, bin ich dumm. Läuft doch bloß nicht durch. Läuft doch bloß nicht durch. Läuft doch nicht durch. Läuft... Alarm! Alarm! ... 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 ok 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 eric senpai ok nummer 5 wie sieht es mit dieser marke aus äh burger king prinzenrolle king das soll gar kein burger sein das sind die sesamkörnchen obendrauf es ist die keks marke prinzenrolle das kann nicht sein das ist doch ein burger von oben von oben von oben ein bürger wenn man einen bürger von oben fotografiert ein bisschen angst muss man aber nicht müssen ein bisschen aufpassen dass wir den nicht killen ich glaube der ist tot oder ich glaube der hat es nicht überlebt ich halte das nicht für gesund dass gurkensalat so eine wölbung hat ich bin über eine rüber gelaufen anscheinend triggern die nicht mehr ich hab nix gesagt das überlebt man doch ich glaube schon mit exklusion und gif das ist so easy easy peasy so das war trittcliffe johnny bad guys